Prozent nicht in der Brotten Prozent Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Schau mal. Let's go deeper inside. Hyman sure hopes Ganyu's information is reliable. There aren't many guards here. Looks like their plan to draw away the Office Order's forces really worked. RETROFUTION! I'm going to be a knife. Fartuffles. A fartuffles. A rice spoon. Es gibt noch mehr Säden, als ein Schrauber hier war. Das sollte der richtige Richtung sein. Aber... Warum fühlt es sich so stranger und strangerer als wir es in diese Ruins machen? Hehehe... Um... Be careful, jetzt! Heimon ist gleich hinter dir! Oh oh! Oh, das soll ich doch da runter. Ich bin mir nicht sicher. Was ist das? This looks like a person. Could it be the grand thief? Why is he in that position? Is he praying to something? That's... Why is the statue of the Seven hanging upside down? And the statue's hands... Heimon remembers they're normally holding an orb, right? What... This statue is holding... What is that? Uh... Heimon has a really bad feeling about this... And... The grand thief hasn't moved an inch... Do... Do you think he's... Um... Hello? Are you okay, mister? He... He's dead! Heimon doesn't feel so good! Heimon doesn't feel so good! Oh... Let's get out of here! And fast! We should report back to Ganyu and Lon! Ah! Now what? We can't stay here! Quick! Run! Where do I see him coming from? Ah... There... I'll be right there! Oh... There... It's a 3. Totally. Oh... I'll be right here! Wieso war denn da auf einmal so ein Abgrund? Ach, weil sich das mit der Zeit auflöst. Das ist ja gemein. Dann musst du sofort losrennen. Boah, wie mies. Rinn? Wieso rinn? Wieso? Ne, das dauert dann zu lange. Wo bist du denn? Guck mal, man muss natürlich auch Glück haben, dass da kein Dreier kommt gerade. Man muss das vergessen. Oder dass du gerade hier so dann... Tja. Wie soll man das denn schaffen? Wie soll man das denn schaffen, bitteschön? Ja, ich bin nicht schon vorher zu spät losgelaufen. Weil ich nicht genau gewusst habe, was ich machen muss. Ja, und das löst sich dann auf. Ja. Oder erst wenn man's an... äh, wenn man... Wenn man's betritt. Dann würde ich ein Dreier abwarten, wenn wir losrennen. Ist das ein Dreier? Vielleicht kann man da doch ein bisschen pausieren. Immer wieder hier drin. Oh. Naja. Jetzt sind... Zweier. Kommt ein Einer. Ich hab'n Zweier... Da müssen wir den Dreier abwarten. hier aber keine zwei drei hintereinander kommen ach und der rest ist tot oder was okay nein 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 das ist du 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 um so du 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 für eine lange Zeit. Es gibt nichts, was du tun kannst, um die Zeit zu verändern. Die Abyss ist unvergültig. Was ist das? Ich habe es nicht gesehen, bevor ich es gesehen habe. Was ist denn so kaputt? Drei! 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 immer noch 500 was er mir da abzieht ist natürlich viel mehr es ist nicht so gut es ist nicht so gut Oh, wow. Ich könnte mich jetzt voll erwischt jetzt hier. Ich sehe auch gar nichts mehr, wo bin ich überhaupt. Ah, wenn er doch Platz ist, Wenn wir nun versuchen, noch eine Aktion abzuhauen, dann hin. Ja, ja, geh mal. Ich habe mir noch recht. Na, hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch überstehe. Oh, eine Kiste? Na ja, ein paar EPs kriege ich ja wohl, oder? Also, wir treffen uns wieder. Ein bisschen schneller, als ich erwartet habe. Hey, es ist Dane! Judging von deinem Sprachen, sieht man, dass du einfach etwas ganz strange experienced hast. Kann es sein, dass du einen Abyss-Herald in diesen Ruins hast? Huh? Wie du das wissen? Ich bin auf dem Abyss-Herald. Ich hoffe, dass du hier auch herausfinden kannst. Eine Katastache der Seven, mit einem Abyss-Herald in seinen Hand. Nein, ich habe nie gesehen, in meiner Zeit, in der Abyss-Herald-Herald. Obwohl ich meine Anregungen habe. Tell me the rest of what happened in there So you escaped the ruin depths Filled with abyssal power And then? And then, as we got close to the exit And a breath herald suddenly appeared And blocked our way We fought a big battle with that thing Maybe it hasn't gotten too far yet Yes This is a rare opportunity indeed Come Let's catch up to it Let's go A rare opportunity With Dan helping out Maybe we'll be able to solve more mysteries about the abyss No, that's not fair There's no question No, that's not fair No, that's not fair But now I have to do the best erstes mal da soll ich dann hin so da sind aber böse leute ich will nicht erst mal wieder weg ja 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 erledigt erledigt wahrscheinlich voll generiert regeneriert und mit Schild und Pipapo ja 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 Erstätter beim Flumenklöcken und kommt rum warum steht denn die bericht mit meinem phoenix jetzt auf Betan! Ich glaube, das auch viel zu tun. Schauen für Chaos-Divitäten, Chaos-Circuits. Du weißt, das andere Sachen. Ich bin froh, dass sie es noch nicht gefunden haben. Also, warum hast du einen von ihnen genommen und fragst, was sie waren? Ich bin sicher nicht, dass ich diese Monster des Abyss bin. Aber ich habe eine Gefühle, dass ihre Planung mit diesem Objekt ist sehr wichtig in der gesamten Abyss-Order. Man kann nicht herausfinden die Wahrheit hinter dem Hintergrund. Oder eher, diese Abyss-Magen werden sicherlich Angst, etwas anderes, viel mehr als eine schreckliche Interrogation. Uh, Heimen ist immer wieder zu denken, über das alles. Okay, wir müssen nicht zu viel Zeit hier verraten. Wir gehen unsere Suche. Na, wird er noch wach oder nicht? Geht's eigentlich noch weiter? Festplatte sagt nichts. Oh Gott. Ah, jetzt ja. Irgendwie war da selber weg. Deswegen hat es ein bisschen gedauert. Hm. Tschin, tschin. Tschin. Irgendwie was dazu bringen? Na, ein Geoculus. Bitteschön. Der liefert kein Holz. Was? 500 Meter. Komm ich denn da näher an? Komm ich denn da näher an? Man könnte versuchen von hier nach da. Ja, das macht am meisten Sinn, oder? Ja, das macht am meisten Sinn, oder? Was ist denn da links und rechts? Feuer, hm? Was sind solche Dinge? Ich verstehe jetzt. Ach, der Rundeweg gespielt. Oh, jetzt muss ich erstmal den abgrundmager fertig machen. Ja, siehste. und er macht gleich wieder sein schild an dann sehe ich gar nichts mehr ja siehst du schon verschießen dabei muss ich ja bleiben erst mal fertig machen bevor dass ich wieder generiert den großen kann ich noch gar nicht machen ist er auch tot oder was jetzt sind beide jetzt haben sie beide hier bringt ja doch um einander strategie das ding fliegt überall hin dann brauche ich eine strategie aber strategie kannst dich machen dann teleportieren sie wieder weg und kommen voll gestärkt wieder das funktioniert ja nicht in diesem spiel jetzt nicht strategisch vorgehen also nur in ganz feinen abstufung ganz oder strategie vorgehen wo sowas aber die power so einfach ist das wenn du die nicht hast hast du verloren dann musst du halt geld ausgeben so dir das ist ja auch sinn wir wollen hier geld damit verdienen musst du dein zeug halt kaufen